Jo, Mönchensparköpfe, willkommen zu einer neuen Folge Bildung am Samstag, finanzielle Bildung für finanzielle Unabhängigkeit. Und in diesem Video geht es um ein richtig wichtiges Thema, vor allem für dich als Arbeitnehmer oder wenn du irgendwelche Freunde hast, die Arbeitnehmer sind, solltest du denen dieses Video auf jeden Fall zeigen, denn das wird dir und deinen Freunden mal mächtig die Augen öffnen. Es geht nämlich so um dieses ganze Thema Bruttorente, die haben wir ja schon im ersten Teil berechnet, und eben auch um den Einfluss der Inflation auf die Rente. Viel Spaß dabei! Okay, wie gesagt, im ersten Teil haben wir ja mal so eine Bruttorente nach der sogenannten SRA-Formel, was für die Abkürzung sozusagen der jeweiligen Faktorenstand berechnet. Und dabei habe ich ja dann schon erwähnt, dass es sich dabei immer um eine Bruttorente handelt. Und was das Ganze jetzt auch noch im Zusammenhang mit der Inflation dann tatsächlich für unser Alter und auch unseren Lebensstandard im Alter bedeutet, das will ich dir einmal jetzt hier in diesem Rechenbeispiel zeigen. Ich habe ja da schon gesagt, dass sozusagen das Rentensystem ein Punktesammelsystem ist, das sich immer daran orientiert, wie viel Geld wir im Vergleich zum durchschnittlichen Einkommen verdienen. Das war 2011 bei 32.000 Euro, das habe ich jetzt hier einfach mal für das Rechenbeispiel übernommen. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir verdienen im Jahr 48.000 Euro brutto, also 4.000 Euro brutto. Man könnte sagen, dann so in etwa 2.200, 2.300 Euro netto, nicht wahr? Wenn wir dann unsere Bruttorente einmal berechnen würden unter der Annahme, dass wir 45 Jahre arbeiten und halt jedes Jahr 1,5 Entgeltpunkte sammeln würden, wir dann zu einer Bruttorente von erst einmal 1.890 Euro kommen würden. So weit, so gut. Nun stehen ja aber in so einem Rentenbescheid, und ich werde dir zwischendurch immer mal wieder Passagen davon einblenden, weil wir darauf eingehen wollen, stehen ja so viele schöne Dinge drin. Zum Beispiel eben auch Folgendes. Zunächst einmal siehst du erstmal in deinem Kasten sozusagen, was du bisher an Rente erreicht hast. In der Mitte oben wäre sozusagen der Rentenwert, den du bekommen würdest, wenn du eben durch Erwerbsminderungen dann aus dem Arbeitsleben ausscheidest. Und als letzte Zahl hast du dann eben die Bruttorente, wie ich jetzt hier eben berechnet habe. Und jetzt schau mal, was da drunter steht unter dem Begriff Rentenanpassung. Aufgrund zukünftiger Rentenanpassung kann die errechnete Rente in Höhe von tatsächlich höher ausfallen. Allerdings können auch wir die Entwicklungen nicht vorhersehen. Deshalb haben wir ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlust, Achtung, Kaufkraftverlust, Kaufkraftverlust, Inflation, zwei mögliche Varianten für sie gerechnet. Beträgt der jährliche Anpassungssatz 1%, so ergibt sich eine monatliche Rente von. Bei einem jährlichen Anpassungssatz von 2% ergebe sich eine monatliche Rente von. Das heißt, die Rente wird also mit den steigenden Bruttolöhnen auch selbst steigen, was dann eben zu einer Anpassung führt von dem jeweiligen Prozent. Wir werden jetzt mal in diesem Beispiel von 1% ausgehen, da in den letzten Jahren nämlich die Rentenanpassung sogar noch unter 0,5% lag. Also nicht wie hier beschrieben, irgendwie sogar bis zu 2%. Aber wenn wir das jetzt einmal machen, dann würde sogar unsere Rente, vorausgesetzt eben wir arbeiten die 45 Jahre voll durch und sammeln da immer unsere Pünktchen, 2.960 Euro da sogar brutto betragen. Klingt erstmal nicht schlecht, oder? Doch jetzt kommt ja das Wichtigste dabei. Wann kriegen wir denn diese 2.960 Euro? Heute oder eben bei meinem Rechenbeispiel in 45 Jahren? Doofe Frage wirst du sagen, in 45 Jahren. Und genau deswegen müssen wir diesen Betrag eben noch von der Inflation bereinigen, denn ich habe dir ja schon im Video über Inflation gesagt, was heute 2.960 Euro sind, sind in 45 Jahren sehr wahrscheinlich nicht mehr 2.960 Euro. Und dementsprechend bei einer angenommenen Inflation von 2% pro Jahr, die ja gefühlt und wahrscheinlich sehr viel höher noch liegt, Politik will mal sagen geringer, aber ist wieder ein anderes Thema, wären wir dann gerade mal bei einer Bruttorente von 1.192 Euro. Das bedeutet also, wir hätten sozusagen einen Rentenwert von heute 1.192 Euro. Aber damit ja nicht genug, weil das ist eine Bruttorente. Davon kommen jetzt noch ein paar Abzüge, nämlich Steuern. Bisher, beziehungsweise bis zum Jahr 2004, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, mussten Rentner sozusagen keine Steuern zahlen. Das wurde jetzt geändert. Es wird immer weiter angepasst. Und jemand, der ab dem Jahr 2040, was ja dann viele betrifft, vor allem du jetzt als Zuschauer, ich unterstelle mal, und das zeigen mir ja auch sozusagen meine Statistiken, dass du noch etwas jünger bist, wenn man ab 2040 eben ins Rentenalter dann eintritt, muss man seine Rente zu 100% versteuern. Also es gab sonst immer Freibeträge, die gibt es dann nicht mehr. Und somit können wir sagen, dass wir 20% nochmal Steuern hier abziehen dürfen, was 238 Euro wären. Auch damit noch nicht genug, denn wir dürfen auch noch Krankenversicherung und Pflegeversicherung zahlen, was nochmal einige Prozent sind. Ich habe das jetzt hier schon mal alles ausgerechnet. Das wären in unserem Beispiel hier 107 Euro und für die Pflegeversicherung 12 Euro. Und das Ganze führt zu einer inflationsbereinigten Nettorente von, halte ich fest, 835 Euro. Das bedeutet also, jemand, der sozusagen es gewohnt ist, mit einem Nettogehalt von etwa 2200 Euro monatlich eben zu leben und auch einen entsprechenden Lebensstandard hat, wie zum Beispiel vielleicht auch eine Immobilie, die er vielleicht sogar noch abzahlen muss, muss dann im Rentenalter mit einer Nettorente von 835 Euro auskommen, was also weniger als die Hälfte seines ursprünglichen Gehaltes ist. Das ist doch echt der Hammer, oder? Man muss aber auch sagen, dass das Ganze nicht verschwiegen wird. Dafür gucken wir noch einmal kurz in den Rentenbescheid herein. Dort steht nämlich, Im untersten Absatz unter zusätzlicher Vorsorgebedarf steht ja sogar, da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger Versorgungslücke. Bei der ergänzenden Altersvorsorge sollten Sie, wie bei Ihrer zu erwartenden Rente, den Kaufkraftverlust beachten. Hier sieht man also auch, dass man den Rentenbescheid nicht nur wie so eine Rechnung, so eine Quittung irgendwie lesen sollte, einfach sich nur die Zahlen anzuschauen, naja, wie viel Rente kriege ich denn mal, sondern wirklich auch das Kleingedruckte zu lesen und das zu versuchen zu verstehen, was es eben bedeutet, weil es eben bedeutet, und das ist sozusagen das große Fazit dieses Videos und so wichtig für dich und Freunde, Bekannte, die Arbeitnehmer sind, ihr müsst selbst alleine auch vorsorgen. Es wird eine Versorgungslücke im Alter entstehen, einfach schon durch die Inflation. Ihr werdet euren Lebensstandard eben nicht halten können, wenn ihr euch nicht aktiv darum kümmert, Vorsorge betreibt, um eben dann ja im Alter denselben oder zumindest fast selben Lebensstandard halten zu können. Und deswegen kann ich nur appellieren, verlasse dich nicht nur auf die Rente, verlasse dich nicht nur auf die staatliche Absicherung, sondern sorge selbst vor. Da wird es auch in Zukunft hier bei Sparen mit Kopf dann verstärkt darum geben, welche Möglichkeiten haben wir vorzusorgen, welche Möglichkeiten haben wir Vermögen aufzubauen. Aber ganz wichtig ist, dass du ins Handeln kommst und dass du dich auch darum kümmerst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und konnte dir einen sehr wichtigen Punkt für deine Altersvorsorge, für dein Leben quasi auch mit auf den Weg geben. Wie gesagt, teile es gerne mit Freunden, Bekannten, die das Ganze hier nicht wissen. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch und hinterlasse einen Kommentar, was du zu dem Ganzen sagst. Und sonst hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, dein Chris von Sparen mit Kopf.